Das ist ein Treffpunkt der Bewohner von dem Viertel, also wo wir uns jetzt befinden. Besonders am Abend, also ich würde sagen, die ganze Stadt Marrakech ist eine Stadt, die abends lebt. Stellen Sie vor, im Sommer können wir in Marrakech manchmal über 50 Grad im Schatten haben. Im Juli, August, obwohl wenn Sie im Internet oder einen Reiseführer suchen, dann finden Sie Maximum 49. Wir reden auch nur über 49, weil normalerweise hetzefrei bei uns beginnt ab 50. Muss ein Feiertag sein und bezahlt werden. Ja, sonst, damit man nie zu solchen Ideen kommt, dann sagen wir immer 49. Das ist Leni Bus Bahnhof. Hier haben wir sogar Büsse, die verbinden Marrakech mit nicht nur anderen, also marokkanischen Städten, sondern manchmal einige europäische Städte für Leute, die Lust und Zeit haben. Ich erinnere mich an meine erste Reise nach Deutschland, da habe ich mit dem Zug, aber in der Zeit bin ich jung gewesen. Es hat drei Tage gedauert.